Auf dem Weg ans Kreuz hätte Jesus jederzeit Legionen von Engeln zur Hilfe rufen können Warum hat er es nicht getan? Warum hat er es nicht getan? Auf dem Weg ans Kreuz hätte Jesus jederzeit Legionen von Engeln zur Hilfe rufen können Warum hat er es nicht getan? Warum hat er es nicht getan? Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um das Kreuz zu ertragen Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu ertragen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Halleluja Auf dem Weg ans Kreuz hätte Jesus jederzeit Legionen vom Engel zur Hilfe rufen können Warum hat er es nicht getan? Warum hat er es nicht getan? Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um das Kreuz zu ertragen Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu ertragen Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu ertragen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Halleluja Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um das Kreuz zu ertragen Du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu ertragen Ja, du bist die Freude, die ihm vor Augen waren, um die Schande zu ertragen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Jetzt kann dich niemand mehr verurteilen Halleluja 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 Vielen Dank.